Also, entweder hast du zu früh angefangen oder du bist einfach nur zu langsam, ne? Ich bin wahrscheinlich zu langsam. Aber ich will coole epische Musik haben, wenn ich hier hochlaufe. Wird er hergekommen? Regt er sich auf, dass er hier herkommt? Ja, ich wollte nur mal eben gucken, bevor wir jetzt hier runterrennen, ob da irgendwo was in der Nähe ist. Ergekommen. Ackok ist doch schon von Vorteil. Benni macht wieder ein bisschen auf Taktiker. Ich will wieder alle reinrennen und Benni macht einen auf Taktiker. Ich mach hier voll einen auf Taktiker. Da läuft ein Zombie, da läuft ein Zombie, da läuft ein Zombie, da läuft zwei Zombies. Auf Minja, Junge. Alter, renn nicht nochmal gegen mich. Im Endeffekt brichst du mir die Knoche. Boah, ich steh im Baum. Was mach ich denn? Was will ich denn mit dem Fanglas? Nur in der Ferne glotzen. Ah, ah, ah. Ah, ah. Da sind unten kümmeln zwei Zombies rum. Nein, drei. Können schon wieder Schmerzmittel gebrauchen. Okay. Kento was killed. Kento ist ein Spast. Ich hab schon über Spast gesagt. Ah, 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 ah. So, mal gucken, was so in der Stadt abgeht. Party. Boah, hat irgendwer von euch eine Vorder 2? Da hätt ich auch mal richtig Bock drauf. ja 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 so an dem krankenhaus kann ich schon mal nichts sehen dann ja auch rum zu spaßen müssten wir ihnen direkt so einen mitgeben können so bach bin sie wie bei acro oder wie bei ace besser gesagt ja wie bei ace ich versuche mich zu unterhalten am supermarkt wenn ihr versucht hat man auch ja ich will nur sagen wo was los ist ist unseren eigenen mod zusammen basteln so mit ace und acro und der z nee das war quatsch so feuerwehr ist klar sollen wir dann durch zur feuerwehr der feuerwehr attacke ihr wisst doch jetzt so ein bisschen mit namen ja ja den voicet einfach einfach losbrüllen so war bei v blablabla was macht er scheiße macht er wahrscheinlich weil du siebenmal v gedrückt hast der geht v und wenn er nicht dann ja ist arschkarte nur bunte knete in der burne ne sier das hast du mir gedacht attacke das sag ich jetzt nicht ich wollte gerade irgendwas sagen aber das sag ich hua fuck ey das sah voll cool aus ja aber ich hätte mit einmal einen aufleuchtenden bildschirm am start ja und ich bin wieder zu blöd dafür und nehme das handglas raus deswegen habe ich vorher auf das du geklotzt wir haben ja schon viele viele freunde viele buntes martis der rennt doch nicht auf den ersten freund zu einfach knutscht hey was hast du von mir nur weil ich es nicht drauf habe oder was aber schön dass du selbst einsiehst dein dummes maul dein dummes jüdisches maul ey ich hab angst da jetzt rein zu gehen da hier du gehst vor du bist am schlechtesten equippt ich du magst zwar den coolsten skin aber du bist am schlechtesten equippt ach guck mal hier ist ne g17 ja meine meine ne meine nicht ich geh doch ist meine wo ist das ding ich geh nach oben neu boah erschreck mich halt mal manch 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 was ist denn da oben er liegt schon alles weg rum ich bin der treppe runtergefallen nur ein rucksack der hat 18 plätze boah ja bist jetzt das bessere oder was ja warte wie heißt der der heißt plötzlich er sucht ich glaube auch neu hier liegt irgendwie moni und so rum hab ich was verpasst geht hier oben Pornopartie wer hat hier geschossen da hat einer geschossen hab ich nicht hab ich nicht war ich nicht war ich diesmal wirklich nicht ich hab aber auch nen Schuss gehört ja ich auch ich nicht und ich hab's selbst von außen gehört ich hab's nicht gehört ich war bei den ganz oben ich hab's nicht gehört ich hab Angst wahrscheinlich hast du einfach nur auf den Tisch gekloppt irgendwer das kann doch jetzt sein das irgendwer auf den Tisch gekloppt hat also ich hab mit meinem Magazin keinen Schuss abgegeben ich hab noch volle 30 Schuss ich hab noch volle 200 ich hab volle 15 Schuss oh hat jemand von euch ne 9 11er oder 19 11er ich hab ne 19 11 aber ich hab voll ich hab genug Magazin Bimbos ich mach's alle kalt ich mach's alle kalt ne ich komm wieder wieder rein BANG der der mit dem MG weißt du du müsstest jetzt nach oben legen und einfach mal nach Elektro rein sprain das wär quatsch einfach volle Granate ohne Granate GIONIMO BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR na hier war das Feuer aufstoß abgeben Motherfucker! Pfff! Motherfucker! Pfff! Motherfucker! Pfff! Aaaaaaah! Wie so ein Geistesgestörten. Oh, Standard-Magazine. Ja mach jetzt nicht doch mal wieder hier runter, wir wollen doch was zu knabbern haben, Mann. Ich hör'n Bus, ich hör'n Bus oder so. Ja, der ist vorhin auch schon durchgefahren. Halt doch mal dein Maul. Er kommt hierher. Rent? Ich guck mal. Ja, renn doch gleich raus. Ich muss ja gucken, Mann. Entschuldigung, dass ich geboren bin. Entschuldigung, akzeptiert. Ey, Leute, ich kann den Bus nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie nah der ist. Der dürfte an der Kirsche sein. An der Kirsche? Nee, von der Kirsche. Kirsche. Also hier die Straße von der Feuerwache nach Elektro rein, und dort dann die erste Straße wahrscheinlich nach links oder nach rechts. Wenn hier irgendwann reinkommt, stirbt's. Vom Sound her zu hundert Prozent. Ja, aber ich seh' aber auch keine getriggerten Zombies. Ein dummes Maul jetzt mal. Spaß. Äh. Back oben. Ja, ich seh' den. Der fährt grad vorbei. Also, zweite Feuerwehr ist der grad vorbeigefahren. Richtung? Ja. Er ist weiter Richtung Tschernow. Ja. Ich hab ja gesagt, direkt vor der Kirsche. Ihr habt'n Zombie rum. Fahr nur mit'n Bus rum, ey. Hey! Ihr habt da Freunde am Start. Benni, kannst du jetzt bitte mal hier runterkommen? Ja, kleid mir die Zombies ab. Ich kann nicht. Ich auch nicht. Ich hab' was Großes, Starkes, Lautes. Jaaaa, ich bin ja schon da. Wenn ich mit der Entfücher schieße, dann ist die Polen offen. Ich sag's euch. Oh. Du und deine kleinen Betäubungsgewehr, du. Das ist ja ziemlich putzig an, diese Scheißknäfte. Ich brauch' was zu snacken. Snacken? Ja, snacken und was zu saufen. Der hat nichts. Warte mal, ich hab grad'n Schuss gehört. Aber diesmal hab'n wirklich einen gehört. Jaaaa, Richtung zweite Feuerwehr. Ja, ich hab' zwei Stück gehört. Zwei Schüsse wurden abgegeben, Kalient. Könntest du bitte aufhören, hier so rumzukrüppeln, Daniel? Vor allem ist schön, alle bewachen nur den kleinen Eingang und die großen Ausgänge sind komplett unbewacht. Ja, weil ich direkt Richtung Feuerwehr guck. Weißt du was? Ja. Da ist nichts zu sehen. Wir brauchen Raketenwerfer. Fingerraketen. Müsst'n du mal hören, ob da jemand dahinter ist. Warte, ich lausch' an der Tür. Ihr seid doch bescheuert. Wir halten am besten den Kopf da durch. Ihr haltet den Kopf am besten noch da durch. Oh ja. Geht nicht, geht nicht. Geht nicht. Warte, ich guck, ob er durchguckt. Alter. Da kommt Zombie. Warte mal jetzt auf, rumzumucken. Wollen wir jetzt langsam zum Markt gehen oder was? Oder zur Schule? Wenn ihr drei vorlauft, kann ich mich um die Zombies kümmern. WTF! Ich hab' die Tür aufgemacht. Was? Seid ihr alle paranoid oder was? Alter. Musst du treffen, ne? Alter, ich hab' den getroffen. So, dann können wir jetzt rüber. Ja, vorher. Ab zum Supermarkt. 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 Werde vor? Im Supermarkt. Ja, ich renne vor. Na, Gott. Wenn die Bühne rennt einfach zuvor. Sag's mir vor. Wenn gleich das Geballer losgeht, müsstet ihr ein bisschen leiser sein und mal ansagen. Ich hör' nichts. Ich sag' ja nischt. Ich hör' auch nischt. Ohne mein Anwalt nischt. Alter, alter. Habt ihr den Arsch offen? Supermarkt oder? Cooler. Ja, entscheide dich mal. Supermarkt. Ja, keine Ahnung. Ja, gehen wir Supermarkt. Können wir beides dann gleich abklappern. Hätt' mir nur ne Faust gegeben. Hier ist ganz viel Klopapier. Da ist Hauspapier. Ja, das könnte ich gebrauchen. Ich hab' mir so'n bisschen in ne Hose gekackt. Lauf zu. Mein Gott. Hier ist noch einer. Kommt direkt in den großen Teil rein. Kommt direkt in den großen Teil rein. Hier ist ein Campingtent. Ich will zwei Bandagen haben. Kommt hier in das große Teil rein und dann kann ich die Zombies erledigen. Hier legen tonnenweise Rucksäcker. Ganz viel zu essen. Unter 1911. Hier nicht. Was ist denn das? Was ist das? Ein Trail-Mix. Was ist denn das? Papas Original-Trail-Mix. Ne Ahnung, was steht denn dran? Es gibt verschiedene Arten von Früchten und Nüssen. Fucking Zombie. Was zum Fick? Jetzt wieder Klopapier. Ey, geil. Wat? Razor? Old Fashion Cut Throat Razor. Das ist ja klingend. Trololololo. Ja, ich will was zu essen. Gib mir ne Bulle Whisky. Ah, die sind so unnötig. Auch unnötig. Gib mir doch mal was zu saufen hier. Essen hab ich jetzt. Ne, ich muss kurz mal hier lang. Schrechte Idee. Da sind wir noch Zombies. Danke, hier liegt Shotgun. Ich hab grad Sau der wie die Frame Drops gehabt. Oh ja, hatte ich aber auch die ganze Zeit beim Laufen so. Oh, hier liegt noch was zu füllen. Hey, es könnte sein, dass du grad geschlagen wurdest. Ne, kann nicht sein. So, ich hab's zweimal essen und zweimal trinken wer will. Ich hab auf jeden Fall dreimal trinken. Dreimal trinken. Ihr müsst für mich mit einpacken, weil ich baller ja die ganze Zeit hier schließlich rum. Geht doch mal. Geht doch mal zur Seite. Mein Gott. Wir tauchen ja rum ey. Hier ist nix mehr. Kann mal kurz an deine Tasche. Nein. Am besten an meine. Oh, hier kommt ein Krabbler durch. Ich hab wieder vorhin M1911 Muni reingelegt. Boah, hast du den Arsch aufhören? Willst du mich verarschen? Der krabbelt in der Theke rum. Du reiß'n Schwein. Da kommt noch einer. Dahinter ist noch ein kleiner Umhübscher. Ja, da ist so ein kleiner Schleicher. Da will ich nachhauen. Hier sind noch 45er ACP, die kann umgewandelt werden oder so. Du? M1911? Echt? Was ist hier? Ich hab da Rucksack gesteckt. Ich hab da Rucksack gesteckt. Ruhig außen, Zombie. Außen. Ich hab sie mir in den Rucksack gesteckt. Geht mal da vorne von der Wand weg. Ihr werdet vom Zombie geschlagen. Hier hinten liegt noch Streichhölzer. Ich hab das Zelt mitgeschleppt. Falls es ihr noch will. Ist ja Quatsch. Ich hab nur noch zwei volle Magaziner. An M9. Ja, dann gehts jetzt weiter rüber zur Schule, wa? Ja, habt ihr genug zu essen und zu trinken dabei? Ja, hab ich. Ich hab genug. Wer war das? Los, weiter gehts. Der hat mir jetzt ne Dose an die Börse geschmissen. Scheiß der Hund drauf, weiter gehts. Ey, hier hinten ist noch was zu essen und zu trinken. Aber noch nicht. Ich bin Schule drin. Da kommt einer reingelaufen in den Shop. Ein Zombie, oder? Nein. Ich glaub, es ist ein richtiger. Bandit. Bandit. Wo? Der labert. Boah, ich hab ein paar Mal vor Kopf gegeben. Mit der S9. Äh, M9. Bleib mal mit dir stehen dran. Der labert. Der labert. Ja, ist aber ein Bandit. Ja und? Ich töte den. Ich töte den, wenn der mir jetzt zu nahe kommt. Weil der hat ne Axt und der ist Bandit. Sag ihm das. Oder wenn wir uns Mikro verpissen können. Ne, ich sag das jetzt nicht. Darf ich ihn erschießen? Was will der? Da haben wir zu viele Zombies. Was? Was labert der? Wo ist der Bimbo? Keine Ahnung. Ich hab ihn auf jeden Fall gut angeschossen. Er soll sein Maul halten. Er ist hier hinten. Was? Der hat gesagt, fuck you. Der hat gesagt, don't kill me. Ich hab das bis hier rüber gehört. Seid ihr in der Schule oder wo seid ihr? Uh, ich bin in der Schule und hier ist ein Zombie oben. Ich bin weg. Ich komm wieder rüber zum Shop. Ich hab ne große Waffe. Da ist der. Zero, der ist bandit. Ja, ja, ja. Und ich sag ihm auch, dass er sich verdammt nochmal verpissen soll. Soll ich ihn erschießen? Ja, ich bin jetzt in der Schule drin. Darf ich ihn erschießen bitte? Darf ich ihn erschießen bitte? Der ist im Shop drin. Nein, dahinter. Der ist hinter dem Laden. Kein dummes Maul. So, Abfahrt. Jetzt hat er ihn halt erschossen. Er wollte es. Hier oben gibt's M1911 Magazine. Er sah so bedrohlich aus mit seiner schwulen Angst. Könnten wir jetzt mal bitte... Ich geh Schule. Ja, ich bin in der Schule schon längst drin. Ich bin Schule. Achtung, ich komm hoch Treppe. Ich bin over. Ja, dann geh noch ein bisschen weiter, Hofer. Da werden gleich genug Zombies kommen. Ey, hier liegt zweimal saufen. Und hier liegt nix. Daniel, komm mal hier in das Zimmer rein. Hier oben liegt noch ne Endfield und Magaziner. Und hier liegt irgendwas. Sag mal schlurfi. Hier in dem Raum, wo ich bin, äh, liegt Saufen und ein Fernglas. Hab Spaß, gib Gas. Hier unten ist noch ne Uhr rum. Jo, müssen wir mal nackern auf mit dem Magazin. Kannst auch keine Zahlen lesen. Hier liegen noch mal Moni-Bisschen für mich. Boah ey, meine Katze geht mir grad übelst auf die Kürzer. Machst du glatt? Ich hab noch mal Trinken eingepackt. Fick dich Zombie, fick dich! Oh, ficken! Hier wurde geschossen. Achso. Ja, das bin ich. Das ist n M9 Schuss. Hört man doch, oder? Da oben, Daniel, hier liegt noch ne Endfield für dich. Wollen wir ganz kurz weg die Katze reinlassen. Hier liegt ne Marker rauf mit Munition. Das ist ja das, was ich grad gesagt hab. Achso, du hast ganz oben angesagt, saßte. Ja, ja. Ja gut, äh, dann liegt hier nur Scheiße. Ich geh ins Eckhaus.